herzlich willkommen euren freunde zurück zu minecraft dungeons im letzten part haben wir was ist der sumpf? haben wir im letzten part den sumpf gemacht? ich glaube schon welche waffe habe ich? oh ich habe die die möchte ich eigentlich ungern weiter benutzen ich mag die nicht so zerschmettern ok 19 bis 30 schaden ich glaube ich würde lieber ein schwert nehmen leute denn die deuche die finde ich nicht ganz so cool deswegen würde ich einfach mal hier die verzauberung verwerten und die auch 22 ok brauchen wir aber auch nicht oh 18 cool 18 Axt sehr cool ich behalten wir auf jeden fall mal die 18 Axt so dann gewöhnlich gewöhnlich dann verzaubern wir hier mal eben wir haben fünf punkte echo ok und kette zeit festgesetzt ich überlege gerade also ich finde die kette vielleicht besser können wir hier noch was machen ne zu teuer als hier hier können wir nur das machen ok cool so ok dann haben wir jetzt echo glaube ich und dann heißt es wir gehen mal in die nächste dingsi bumsi kürbisweiten kakteenschlucht oder redstone mehne wir gehen mal in die kürbisweiten äh deine kraft ist 16 16 ist auch das mhm 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 dann versuchen wir mal das schwerste heute ja ich bin guter dinge leute ich bin guter dinge so aber außer den 10 nur 12 ich bin ein bisschen spät mit der aufnahme ich hab zu lange geschlafen leute beziehungsweise bis 6 uhr und dann bis äh neun Uhr noch was nochmal kommt heute Abend eigentlich irgendwas im fernsehen heute ist freitag ne ich guck mal eben hier meiner schönen app meiner app ich komm auch momentan nicht so tolle serien für mich raus naja oh ich muss sie warnen ok 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 dann warn ich sie mal ich gucke natürlich erstmal auf die karte hier ist nichts ok es ist immer sehr sehr wichtig dass man hier am anfang nicht nicht schon verkackt wieso sind hier eigentlich so viele pfeile kämpfen die etwa schon so weg mit dir ja kette ist immer cool bam 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 oh god ich sag in diesem let's play hier sag ich irgendwie immer bam 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 ich sollte mir das mal wieder abgewöhnen nicht dass ich das in die realität übertrage das würde ich ja selbst schon nervig finden warte ich will oh god jetzt kommen sie aber hier alle bam oh sorry ich wollte nicht bam sagen ich wollte nicht bam sagen so ach ne ich heil mich gar nicht mehr so ok ist nicht schlimm äh ok den creeper kann ich nicht mehr äh besiegen bevor er da ist auch sehr schön zu wissen warte ah komm 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 super äh muss ich ah ok ich muss rechts her also ist ja optional der weg deswegen gehe ich da erstmal her so weg mit euch oh god da ist noch einer oh god hier ist der magier ein erdbändiger ist hier hallo erdbändiger hör mal auf da oh god oh mein gott leute da ist noch ein erdbändiger ah weg mit dir erd- und feuerbändiger würde ich fast schon sagen so oder ich merke gerade das problem ist auch ich habe nicht ganz so viele ähm ne dinger ganz so viele feile wie ich gerne gehabt haben hätte wollen oh god hier ist einfach gar nichts hat sich ja überhaupt nicht gelohnt also emmels ne weiß ich nur nicht was ich von denen halten soll weil irgendwie das geld ausgegeben habe ich den sinn jetzt noch nicht ganz raus aber feile dankeschön kuh zumindest einer gibt mir hier feile so weiter geht's da hinten war echt nichts ne ne fass ich ja nicht oh ich hab den ich hab den trank nehmen ach komm ach komm oh gott überhaupt nicht getroffen äh eh super hello nein 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 nicht angreifen feile gib mir feile man man bist du gemein zu mir Was ist das denn da? Der ist da unten Wieso hat der denn Schaden? Und wieso? Seid ihr verzaubert? Alter, ihr seid ja mal mega stark Oh mein Gott, ey Warte Oh Gott, ey Okay, sehr gut Was ist mit dem da unten? Wie soll ich den denn kriegen? Oh Gott, ey Oh Gott, der ist auch Der ist auch verzaubert Ich muss den mal ganz kurz weg Oh Gott, ey Kurz warten, Leute Das ist ja schon ein bisschen gemein Wenn die Hexe da unten ist, oder? Oh ne, jetzt hab ich Wege durch Das wollte ich nicht Das wollte ich echt nicht So Gehen wir mal wieder da hin Da, guck mal Ich kann die gar nicht angreifen Oh, das ist ja jetzt hier belastend, Leute Hier haben wir auf jeden Fall ein Schwert Oh, ein besseres Schwert Uh, 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 uh Das rüsse ich mal eben aus Können wir das hier nämlich hier verwerten Und hier können wir verzaubern Wir haben hier Zerschmettern Verursacht mehr Schaden gegen Untote Kette Verursacht erhöhten Schaden bei bereits verwundeten Gegnern Oh, ich nehm dich So Oh Oh, ach ne Jetzt hab ich mal wieder B gedrückt Mann Tut mir leid Ich weiß nicht, wieso ich immer D, äh, B drücke Oh, ne Boah, Alter Oh, oh, oh Das Schwert, das merkt man aber richtig So Bam, 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 bam Das ist nicht der richtige Weg, ne? Gut So, Truhe, hallo Das ist auch keine Truhe Was ist das hier nur schon wieder für ein Level? So, hier, bitteschön Hier Ha Sehr gut Sehr, sehr gut Komm her Ich bin schon bereit hier Pui Hallo Nicht abhauen Da war was Da war was mit A Habe ich was aufgesammelt? Bin mir nicht sicher Wahrscheinlich eine Axt Aber vielleicht auch nicht Ne, Geheimnis haben wir auch nicht gefunden Okay Oh, hier aber Super Oh, was ist das denn? Ein Sichel Können wir die mal ausprobieren? Oh, ich bin jetzt Sichel Oh, Leute Was haben die für Verzauberung? Ich könnte hier Giftwolke Verbrennung machen Entschlossen Ketten und Frost Das sind coole Sachen Ich glaube, ich bleib Für diesen Part noch beim Schwert Dann mach Oder Sollen wir sich hier Oh, jetzt hab ich Irgendwas benutzt Egal Weil ich Find eigentlich dieses hier mit dem Mehr Schaden machen Echt ganz cool Ja Das würde ich eigentlich ganz gern noch Ein bisschen beibehalten Noll So, jetzt geht's schon ins Dorf rein Okay Wollen wir mal gucken hier Meint ihr, da ist was? Huh Das ist das Echt ne Kiste Okay Da haben wir ne Kiste geöffnet Äh Ich weiß noch nicht, wie ich da drauf landen soll Das wird ja schwer Na ja, erstmal dich Leute, ich schaff das noch Ich schaff das noch, Leute Okay Das ist jetzt hier unsere Challenge Da ist wieder ein Zombie Okay Das hat nicht so geklappt Gut Oh, Alter Perfekt, perfekt Hat alles super geklappt Hallo, hallo, hallo Oh Gott Der konnte aber schnell angreifen Ach, ich hab ja immer noch nicht so viele Pfeile Ah, ja Fuh, 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 bam Ah, vielleicht Ah, ich krieg doch noch Bisschen Dings wieder Das ist ja schön Oh, das ist ein Apfel Den hätte ich ganz gerne Danke So, hier Bam Oh, gib mir Gesundheit wieder Gib mir Gesundheit wieder So, hier ist noch irgendwas Weil den sehe ich kaum So, wir gehen erstmal Da unten zum Schiff So, hier haben wir noch eine Kiste Mit Emeralds Wo ist der Käpt'n, Leute? Wo ist der Käpt'n? Gibt's ja etwa keinen Käpt'n oder was? Ah, hier kommt man hoch Na, da oben Da scheint man wohl nicht hinzukommen, ne? Ne, sieht Sieht nicht danach aus Okay Hier ist also nur eine Vase, oder was? Ist ja auch schon wieder Traurig hier Trauriges Schiffsdesign, ey Oh, ich hab aus Versehen den Trank genommen Den wollte ich nicht nehmen Naja Ich kann mal nichts machen, Leute Oh, da ist schon wieder hier eine große Fläche So, hier Kannst du mal Pfeile droppen? Ne Und du? Ein Schweinefleisch Okay Das ist echt groß hier Eine große Fläche Kann man gar nicht ganz Die kann man nicht so ganz Gut hier Meinst du, ich komme da rüber? Ah, warte Ich probier's noch einmal aus Vielleicht, wenn ich da Drauf komme Ne Vielleicht klappt das Aber ich weiß grad nicht, wie Aber was soll da hinten auch sein, ne? Weil ich ehrlich bin Ja, könnte halt eine geheime Tour sein Ach, von hier aus vielleicht Ah Aha Guck mal Leute Hab ich schon wieder eine Tour gefunden Oh nein Ach, ach Das war nur ein erdbändiger Aua Ah, süß Kleine Dinger Hä, was war das denn hier? Weiß ich auch nicht So, hier bitte du auch weg Ein Apfel Den Esse ich gerne Oh Gott Aber den krieg ich auch So, perfekt Ja, die Vasena kaputt machen Und das hier Und das hier Gehen wir mal hier gucken Was hier hinten noch so ist Hier scheint er noch Oh, hier scheint ziemlich weit weiter zu gehen Auf jeden Fall Auf jeden Fall viel davon Äh, okay So Kommt sehen Kommt zu mir Oh Oh Da sind doch mehr Als ich Gedacht hab Oh Naja Dann erstmal dich Und irgendeinen Trank Für stärker sein Super Super, super So Ich konzentriere mich gerade ein bisschen Und äh Ich hasse diese Axtdinger So Aber Der scheint ja auch kein Problem zu sein So Hier ist aber auch nichts Hier ist der Magier Okay Weg mit dir Oh Gott Hier, bam Weg mit dir Oh Noch einer Hier ist ja was los mit den Creepern Ach gut Er ist ein bisschen gestunnt Das war sehr gut Oh, da oben ist ein Vogel, ne Oder wieso Also zumindest der Schatten Von Vögeln So, hier, bitteschön Ich weiß auch nicht, was ihr da die ganze Zeit vorhabt Aber ist in Ordnung Oh, hier haben wir was gefunden Uh Eine Kiste Ah, die sind aber schwächer Die Dinger Was ist sonst noch was Ah, A-Reisen nur Und eine Falle Okay Oh, weg 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 mit euch Dreck hier Und eine Kiste Nice Hihi, hi, hi Noch eine Kiste Und hier haben wir Irgendeine Karte Level frei Oh Erzhafen Okay, cool Cool Da haben wir ein neues Level Für den nächsten Part Freigeschaltet Sehr schön Sehr, sehr schön Guck mal Das hat sich doch gelohnt Da waren so viele Kisten Zwei von zwei Geerfundene Geheimnisse Jetzt bringen uns nur noch zwei Truhen Das ist doch was, Leute Guck mal Hat sich ja voll gelohnt Hier hinzulaufen Oh, hi Ja, weg mit der Wollte ich auch Weil du könntest vielleicht Pfeile droppen Aber tut ihr irgendwie nicht Finde ich schon ein bisschen gemein von euch Denn ich habe euch schließlich Nichts getan Außer euch Zu töten Nur für Pfeile Aber 111 Pfeile sind nicht Nichts The yellow From the egg So Vau Pfeile Oh Gott Puh Das war schon wieder knapp So Den können wir wegmachen Den auch Oh Mann Ich wollte ein Ich wollte ein Creeper Danke Wir haben jetzt hier ein T Okay Westen nicht Oh Hier oben kann man auch her Oh Gott Hä Ey Äh What the fuck Äh Jo Jo Junge Ey Oh Creeper Creeper sind nicht gut hier So Wir sind ja auch nichts Ah Pfeile Dankeschön Für die Pfeile Leute So Ah Da unten Da war ich vorhin Zack Zack Da geht es gleich runter Aber hier Scheint man Nicht rein zu können Oh Die haben nichts gedupt Ey Das ist ja Traurig So Hier unten ist aber nichts Creeper weg Oh Bam Alter Was wurden diese Vögel da Die ganze Zeit Die irritieren mich Total Man konnte auch nur hier runter So Hier ist aber wahrscheinlich auch nichts Ne Okay Okay Oh Da ist ja eine Party Ey Warte So Oh Gott Creeper Creeper Ho 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 Oh Den Axttyp haben wir zum Glück gestunnt Weil der macht eigentlich Momentan am meisten Schaden Bei uns An uns Waren wir noch eine Spinne So Gehen wir aber erstmal hier links her Oh Creeper Das ist echt hier wieder Creeperland Ach ist nicht schlimm Die können wir wieder hier ganz gut Aufhalten Erfolgt Diamond Sword Oh ich hab ein Diamantenschwert Oder was Hab ich ein Diamantenschwert bekommen Hab ich hier überhaupt nicht aufgepasst Hm Das hier Ich weiß das ist gewöhnlich 30 bis 47 Das macht aber immer noch mehr Schaden Nur ich behalte das erstmal was ich hab So Wir müssen mal ganz kurz auf die Karte gucken Okay Wir müssten noch Nach hier links Aber ich würde da ganz gern noch da reingucken Ob da was ist Aber Geheimnisse haben wir eigentlich alle Deswegen ist hier unten wahrscheinlich nichts Genau So Super Wir haben auch nichts Oh Creeper Weg 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 So Dann hier Gucken Hier ist auch nichts Okay So Okay warte Dann gehen wir unten Ja Oh ich hab den Trank genommen So hier haben wir wieder eine Stärke Trank Haben wir auch nichts Achso ich dachte das wäre ein Creeper War aber keiner Oh Da haben wir nochmal Vorräte Sehr schön Gib mir mal bitte paar Pfeile Dankeschön So hier haben wir eine Vase Oh Ein Pferd Ein Pferd Ein Pferd Ein Pferd Ah hier ist die Falle Ich wusste es doch Hallo Kleiner Elijar Wie geht's dir Oh Gott Junge 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 Danke So Bin noch bereit Noch bin ich hier Ganz guter Dinge Äh okay Bam Und dann so Oh 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 So Die hätten wir auch Super Finde das Dorf Ja ja mach ich gleich Mach ich gleich Wie Nicht mal eine Truhe Hier als Belohnung Das ist ja wieder Traurig Leute Oh Da kommen wieder Gegner So Aber die sind Eigentlich Außer der Axtyp Der Axtyp ist nämlich heftig So Kommt da noch eine Line Ah da hinten ist nur einer Den lass ich mal kurz Ah ich muss ja einfach nur am Hebel ziehen So Bam Bam Und die kann ich per Verkampf Beziehungsweise so machen Jetzt drücken wir auch den Hebel Öffnet sich das Tor schon mal Achso es war kein Tor War ein Dings hier So Pfeile Pfeile sind sehr gut Hier ist auch nichts Okay Wie lange ist denn der Weg noch Ah ist jetzt erstmal nur geradeaus Okay Ah hier bitteschön Oh Magier Weg mit dir Denn der Magier ist hier am Nervigsten Will ich jetzt einfach Oh da kommen aber ganz schön viele Bam Und der große wieder So Perfekt Oh Pfeile Dankeschön Die kann ich sehr sehr gut gebrauchen Und ein Brot Oh lecker Lecker Schmecker Hier Oh Gott Er ist groß geworden Magier Das Das war nicht nett So weg mit dir Hallo Skeleton Ich bin hier unten Mann 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 Lauf nicht weg Lauf nicht weg So Äh Okay Rechts wäre der Normale Weg Wir gehen aber rechts Also links ist der normale Weg Äh Aua Aua Hallo Na Super gemacht Oh da haben wir noch einen Ah der war nicht ganz so gut Der war nicht ganz so gut drauf Oh also wehe Wehe hier ist jetzt nur eine Vase Das wäre natürlich belastend Leute Hier ist auch nur eine Vase Als ob es hier nur Geld gibt Ist er hier Traurig 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 Ich will zwei Thronen immer noch Okay Ich glaube nicht dass ich die Thronen übersehen habe Ich habe eigentlich schon gut Gut immer nachgeschaut Bündlich Untersucht hier alles Es kann natürlich trotzdem sein Oh da ist ein Creeper Ah ne ist kein Creeper Aber so einer So super Ups Upsula Ich habe B gedrückt Das wollte ich nicht Magier Bam Okay Äh Äh Oh Gott ey Oh Gott Der Magier ist da natürlich hier im Bar Da muss ich mal ganz ganz schnell los Da muss ich echt mal ganz ganz schnell Oh Gott Sackgasse Oh Gott Oh Gott ich muss mich mal eben heilen hier Huhuhuhu Das war ja was Warte wir haben noch einen Verzauberungspunkt Vielleicht können wir den sinnvoll einsetzen Was warst du hier nochmal Okay Zwei 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 Ne wir bräuchten drei Okay Puh Puh So Ich warte noch eben bis das aufgefüllt ist Vielleicht können wir den Magier auch stunnen Oh Gott Mit schade Zwei Zwei Das wird Nein 1200 Zwei Zwei Oder mal wieder dahin. Haben die Rakete hier ausgerüstet. Und der Magier war wo? Links. Links. Ne, ich will... Ach, egal. Einen können wir besiegen. Oh, 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 oh. Ich hasse diese Erdbändiger, ne? So, ich bin mal wieder kurz weg. Muss mal wieder hier bisschen aufladen. Alter, dieser Magier, ey, der ist ja heftig. Der ist echt, der ist anders heftig, Leute. Eine kann ich hier immer X drücken, damit ich aufgeladen ist. Also alleine diesen Magier zu machen, das ist echt... Wow. Wow. Ich wette, in einem Team ist es sauleicht. Kann nämlich einer die ganze Zeit abhauen und der andere greift halt an. So, den Trank werde ich jetzt nicht benutzen, weil wir sind ja fast voll. Hm, noch einmal. Dann sind wir, glaube ich, voll. Ah, ne, noch einmal. Okay. So, jetzt. Jetzt können wir aber... So, Rakete ist ausgewählt. Magier ist hier irgendwo. Da ist er. Oh, 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 oh. So war das... Oh Gott, ich hab gar nichts gebracht. Es hat nichts gebracht, Leute. Oh. Ich muss sagen, mit Fall und Bogen geht das sogar. Halbwegs. Äh... Gut, ne? Oh, scheiße. Das ist vollkommen daneben. Aua. L drücken. Das klappt gerade sogar. Relativ gut. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Aua. Das ist halt wieder weh. Und Magier. Magier. Tot. Geht tot. Geht tot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Leute. Oh, jetzt hier ganz, ganz schnell Heilung. Okay. Ist er da? Irgendwo? L. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab ihn. Oh mein Gott, Leute. Puh. Oh Gott. Das war ein Kampf, Leute. Das war ein Kampf. Das sage ich euch aber... Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Ach, ich bin da. Okay. Oh. Hier laufen jetzt alle noch ihre und diese ganzen wichtigen hier rum. Von dem Magier. Oh. 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 Erstmal wieder hier gegen solche Leute hier kämpfen. Das ist viel, viel entspannter. Ja. Auch wenn das schon wieder hier... Ja. Ist hier nur einer? Ne, ne? Ich glaub nicht. Oh Gott. Jetzt kommen sie alle, oder was? Sehr schön. Junge, Junge, ey. Oh, da war was. Ein Trank. Okay. Ach, da ist jemand. Oh, oh. Leck. Es hat eiskalt geleckt. Habt ihr es gesehen? Ja, ne? Müsstet ihr gesehen haben. Warte, wo bin ich... Oh Gott. Es hat eiskalt geleckt, Leute. Und deswegen bin ich jetzt gestorben. Das ist ja ein Witz hier wieder. Ein Witz. So, da haben wir die Zombies. Die sind da natürlich kein Problem. Schade. Ich werde, glaub ich, dieses Level kein einziges Mal gestorben. Aber der Leck, der hat es natürlich ein bisschen versaut. So, eine Kiste haben wir schon mal. Es fehlt nur noch eine. Die ist wahrscheinlich da oben irgendwo am Ende. Och, das gibt schon wieder zwei Wege. Och, ne. Jetzt hab ich B gedrückt. Das wollte ich nicht. So, ne Vase nochmal. Das ärgert mich jetzt wirklich, dass ich da jetzt gestorben bin. Bei Magier, okay. Da hätte ich wohl sterben können. Weil das wird dann auch verdient. Weil die Magierin, die war echt gut. Aber dass ich jetzt bei sowas hier gestorben bin, wegen dem Leck, das ist ja was. Vor allem, ich war eigentlich gar nicht da drin. So. Edgar, komm her. Ja. So. Hier, komm Edgar. Danke. Oh, ne bessere Rüstung. Schauen wir uns mal ihm an. 21. 98 Gesundheit. Uh. Ist echt gut. Muss ich dich aber leider hier verwerten. So. Und verzaubern. Wenn halt die Abklingzeit deiner Artefakte ist natürlich sehr cool. Das Artefakt erhältst du etwas Gesundheit zurück. Feigeheit. Solange du volle Gesundheit hast, verursachst du höheren Fern- und Nahkampfscharn. Ne, dann nehmen wir das. Das ist ganz gut, glaube ich. Gucken. Oh, das geht echt schnell. Ja, das geht wie Butter. Es geht wie Butter. Wie. Oh, oh. Magier. Erste Magier töten. Oh, da ist noch einer. Weg mit dir. Weg mit dir. Oh Gott. Sind doch ein paar mehr als ich erhofft hatte. Oh, ein Boot. Lecker, lecker. Äh, geh ich. Achso. Kommt auf. Kommt. Oh Gott. Der ist aber groß. Können wir vielleicht erst die Magier hier. Töten. Danke. Super. Dann bist du jetzt dran. So. Äh, X. Super. Perfekt. Weg mit euch. Haben wir noch einen größeren Skeletten? So. Super. War hier nur wer? Ne, war nicht. Okay. Können wir beruhigt hier weitergehen. Der ist verständlich. Der Schwundus. Der Svecius. Wir sind da. Okay. Ich sehe gerade, wir haben hier links noch was nicht erkundet. Wahrscheinlich das hier. Das Stück? Ja. Das Stück war's. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh Gott. Ich sehe da gerade wen. So. Der ist schon mal weg. Sehr schön. Du, 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 du. So. Du, 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 du. Hallo, hallo. Ja, ja. Ist klar. Du triffst natürlich dahinter. Aber ich nicht. So. Ah. Ah, ne, ne, ne. Du griffst mich nicht. Oh nein. Wehe. Wehe Hexe. Wehe Hexe. Bamm. Weck mit dir. So. Das gleiche ich jetzt nämlich gerne. So, hier auch Perfekt So, hier gibt es bestimmt Ah, da ist eine Truhe Okay Den habe ich nicht gesehen Irgendwo hier hinten Ah, da ist sie Oh, die ist aber gut versteckt Super Jetzt haben wir alles, ne? Ja, gut Sehr gut Sehr, sehr gut Oh, ich muss gleich noch in der Werkstatt anrufen Um einen Termin zu machen Hier haben wir nochmal Vorräte Das ist auch sehr schön Pfeile sind immer gut Und ja, ich bin jetzt hier langsam Gespannt, tatsächlich Was der Endgegner hier sein wird Boah, hier ist ja viel los, ey Ein Verzauberungspunkt ist natürlich sehr cool Oh Gott Eine Big, Big Spinne So Möchte mal eben hier zu der Magierin hinkommen So, weg mit dir Danke So Pfeile nehme ich auch gerne auf So Und dich noch So Perfekt Holen wir jetzt noch schnell die Vase hier Hier oben ist natürlich nichts Kann auch nichts mehr sein Heißt, ich brauche eigentlich nicht mal großartig zu erkunden So Hallo, was ist denn hier los hier? Bitte Pardon, ey Pardon Wir nehmen mal L hier, Sicherheitshalber Ah, ne Oh Gott Jetzt hab ich schon wieder weh gedrückt Mann Ey Aber ein schöner Brunnen ist hier Schöner als in Minecraft So Du bist auch weg Oh Hallo Hörst du auf hier zu zaubern? Der einzige, der hier zaubern darf, bin ich okay Du Hexe Oh Eindruck, hab ich nicht B gedrückt Ich war kurz davor, B zu drücken Hab's aber dann doch nochmal sein gelassen Ist hier irgendwas? Ne, ne? Ne Nur ein schönes Och, jetzt hab ich A gedrückt, Leute Aus Versehen Ach, jetzt hab ich B gedrückt Aus Versehen Das ist nicht mein Ernst Okay, schwimmen kann man nicht Nicht mein Ernst Ey, wirklich nicht So Du gehst auch mal bitte weg So Und ich nehm mich hier noch mit Den Creeper Der Creeper ist schon mal weg So Hier haben wir noch ein Schaf Oh Gott Was ist jetzt los? Ist die Ansicht zu groß hier? Schlagen Weil wir jetzt beim Dorf sind, oder was? Scheint so Scheint Boah, das Dorf ist aber groß, oder? Das Dorf ist echt groß Aber hier kann ja eh nichts mehr sein Oh Gott, Leute Ich hab Angst, das da zu schlagen Hab wirklich Angst Oh, cool Das sind Zierscheiben Da komm ich aber wahrscheinlich nicht hin Da komm ich aber wahrscheinlich nicht hin Mh, mh, mh Oh Gott Ich hab wirklich Angst Ich muss mal eben meine Hände schütteln Und meine rechte Hand Die fängt wieder an Einzuschlafen Nach 40 Minuten Hast aber lange durchgehalten, ne? Hast lange durchgehalten Okay Ich bin bereit Hallo Illager Oh Gott Das war ja komplett daneben Ey So, da kommen jetzt noch mehr So Bin auf jeden Fall gut unterwegs Oh Gott Den Magier Weg damit Oh, 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 oh Wuh Peng Muss mich mal kurz aufladen So Das schaff ich ja Super Ja, ja Kommt nur her Ich bleib erstmal noch hier Oh Magier Oh Gott Nein Wieso ihr? Wieso ihr? Oh na Oh Gott Äh, B Auf jeden Fall B Und erstmal Rückzug Oh Gott Das sind ja sau viele Damit hab ich nicht gerecht Oh Gott Ich glaub das war's Ich glaub Ich glaub das war's gleich Huhuhuhu Oh mein Gott Ich hab noch Oh Gott Ich muss ja erstmal Mich wieder vollheilen Leute Ich meine Wir haben schon über Die Hälfte an Schaden gemacht Und irgendwie Heile ich mich nicht mehr voll Merke ich gerade Schade So Jetzt können wir wieder erstmal Wieder angreifen So Dann hier Und danach Ach der Ach er ist jetzt da Oder was Okay Ich muss mich hier gerade Ein wenig konzentrieren Okay Der Magier ist schon mal weg Neues Event Tür geöffnet Okay Äh Ich möchte aber hier erstmal Diese kleinen Viecher hier besiegen Sonst bin ich gleich echt weg Weil die sind echt Echt schwer So da haben wir eine Tür geöffnet Ich würde aber ganz gern wissen Was da hinten noch ist Wir haben hier noch eine Vase Und ein Schiff Aber das Schiff das Bringt nichts Okay Dann gehen wir mal da durch die Tür Och Gott ey Diesmal haben wir es aber Besser geschafft Finde ich Als letztes Mal Die Zeit nur weiter Warte Das erkunden wir noch eben Hier scheint aber nichts Nichts aufregendes zu sein Ne Ne cool Cool Dann haben wir das Dorf Vielleicht nicht gerettet Ich weiß nicht wer hier noch lebt Aber ich sehe hier gerade Keinen mehr der hier lebt Genau Super Oh Sieg Ja den habe ich aber auch nötig hier Und die Dorfbewohner Achso Das liegt sie ja vor Das vergesse ich immer Was die das da vorlesen will Oh Das war Das war Schon härter Aber ging trotzdem ganz gut 98% Ja okay Einen Gegner Könnten wir auf jeden Fall Nicht Ähm Besiegen Aber es macht ja nichts Ey Siri Ich habe dich nicht gerufen Nur weil ich besiegen Gesagt habe Mann 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 Oh leichte Fehler Fehler Niemand weiß Niemand weiß von welcher merkwürdiger Kreatur Diese Feder stammt Es ist allerdings unbestreitbar Dass sie unglaublich schön und mächtig ist Oh wir haben eine Fehler bekommen Oh wir haben hier einen neuen Händler Ein zufälliges Artefakt Oh 22 ist natürlich sehr gut Ein Hund Oh süß Ein Hund Ein Knochen Ein Hundeknochen Äh Ich möchte mal ganz kurz gucken Was die Feder macht Lässt dich durch die Luft gleiten Du fügst Gegnern auf deinen Weg Schaden zu Und betäubst sie Niemand weiß von welcher merkwürdigen Oh Hört sich eigentlich ganz cool an Können wir das mal ausprobieren X Ah guck mal Das ist so ein Bam Cool Ich glaube das könnte echt cool sein Das könnte wirklich cool sein Aber was haben wir noch schönes Wir haben hier ein Beschwert ein Wolf Der dir im Kampf hilft Ah ok 30 Sekunden Ablängszeit Hm Können wir vielleicht behalten Angel Wir haben eine bessere Angel Das heißt die kann weg Ich will ich behalten Weil davon habe ich noch keinen Du kannst weg Dich hier haben wir auch Ein paar Stäckere Du kannst auch weg Du auch So Das wäre dann momentan Mein Inventar Ich habe zwei Punkte Äh Abkühlung Hier kann ich eh nichts machen Hier auch nicht Ne Da muss ich noch ein bisschen sparen Leute Muss noch ein bisschen sparen Äh Misogrenner Achso Ne Weil wir gerade verwertet haben Hier könnten wir natürlich hier Irgendeinen Ausrüstungsteil Aber 27 So Ich dachte gerade Das wäre ja richtig lame Da was zu kaufen Aber 1 4 6 Gesundheit Das ist da hier Anders gut Dornen Gesundheit Flammenspur Äh Weiß ich nicht Ob ich die noch haben möchte Bei der Aktivierung Alles Artefacts Erhältst du etwa Gesundheit zurück Du fügst deinem Angreifer erst Schaden zu Wenn du durch ihn Schaden erleidest 100% zurück Geworfener Schaden Das ist schon Ich glaube das ist echt Das kann heftig sein Können wir das mal ausprobieren Ach vielleicht nicht Kacke jetzt habe ich es aber verzaubert Ach man Hätte ich vielleicht nicht machen sollen Egal Leute Und wir gucken uns nochmal die Missionskarte an Dann machen wir morgen den Erzhafen Den wir freigeschaltet haben Gucken mal hier 27 ist die maximale Die können wir dann morgen auch machen Tatsächlich Und ja Ich würde dann sagen Wir sehen uns dann morgen wieder Bis dann Euer Kamito Haut rein Und ciao